Und ohne mit den beiden hier zu sprechen. Und wieder schreiben will ich Achtelwohlen schreiben. So, jetzt mache ich ihn noch mit dem Blatt hier, mit dem Bein. Ich habe vergessen, mit welcher Tast ich abwehren mache. Hier, da gibt es einen Zug. Welcher Zug? Der Anfang Zug oder der Endzug? Ja. 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 Ja, das ist wirklich schlimm mit mir. pass auf dich auf nicht dran denken ich glaube ich muss mir noch mehr zeugs holen 11 mehr spaß würde ich sagen das passt doch hier nicht mehr oder woher damit wenn du mir hinterlassen möchtest ich habe noch zwei davon ok sei vorsichtig da draußen dass ich den immer wieder vergesse jetzt nehme ich mir gleich die energie hier ein rechtes bein wird meint sein ich ein bisschen merkmetall zusammenkriege ich nehme mein zeug wieder mache ich mir richtig fest so jetzt habe ich ein neues kopfmodul das ist auch mal was schönes jedes mal gehe ich hier drauf ich kann mir jetzt noch nicht mal irgendwas lustiges bauen naja das muss ich nicht so weit laufen und schon wieder habe ich ihn vergessen und her damit hoffentlich sieht das kopfmodul besser aus als das was ich jetzt trage da komm nehm ich mir deinen arm das ist nämlich wahrscheinlich noch ganz hier mache ich es mir einfacher aber den kollegen mache ich da platt jetzt gehe ich wieder zurück und rüste irgendwas auf irgendwas muss ich hier aufrüsten auch auf die gefahren dass die beiden gleich wieder da sind aber so geht das hier nicht weiter dass ich ständig nur auf die nase krieg schön dich zu sehen hi dieses kopfding kann ich mir sogar bauen wundervoll austauschen sieht voll komisch aus ach hier ich kann es zerstören ich habe doch hier noch irgendwie drei stück von ne ok gehe ich dafür eigentlich gutes zeug ein modul 516 altmetall gut dass ich jetzt schon weiß dass man das zerstören kann ok scheinbar sollte ich eher auf brust gehen die nächsten male damit ich ein bisschen ärgern kann dann noch 32 auch jetzt noch nicht hast du es gefunden es heißt modaxi 0 braucht das wirklich man das ist das einzige was mich hier am laufen hält ok gut zu wissen ich muss los vergiss mich nicht ok ja ich zähl hier auf sei vorsichtig daraus zähl ruhig körper ist das wohl und aus seit seit vor jetzt ich nicht ab den ich du w die das hier die die Energie auf und hau ihn auf den Körper. Wieso kann ich das manchmal nehmen und manchmal nicht? Ja, er ist ja nicht so weit weg. Wieso machst du mich denn jetzt fertig? Haben wir das Bossmodul freigeschaltet? Das ist gut. Dann werde ich das gleich bauen. Und hüpft. Ich verstehe es manchmal nicht. Erst bin ich hier voll der Held und dann auf einmal nicht mehr, oder was? Ich habe nicht mal mitteil, ich habe nix. Brauche ich dafür? Tratsch-Postmodul. Gibt hier was Neues? Ach. Ich kann mir noch mehr anzeigen lassen. Kann ich aber nicht zerstören mit sie oder so, ne? Doch. Egal, ähm. Ich wollte gucken, was ich dafür brauche. Exo-Gerüst. MK1, okay. Pass auf dich auf! Körper. Wieso kann ich jetzt nicht mehr angreifen? Irgendwer stimmt hier gerade ganz und gar nicht. Okay. So, Implantate. Okay. Hier habe ich mehr Leben. Hier habe ich, äh. Wahrscheinlich Wohneangriff um 50% erhöht. Okay. Ähm. Das ist auch irgendwie alles dasselbe, oder? Ich habe mich auch doppelt. Naja. So, Gesundheit wiederhergestellt. 10%. Wie habe ich denn hier eigentlich? Hier kann ich irgendwie noch gar nichts machen. Was sind das Overworlds ändern? Oh Gott. Ich bleib bei dem. Hab mich jetzt dran gewohnt. Pass auf dich auf! Wie gesagt. Manchmal. Manchmal nicht. Manchmal nicht. Manchmal nicht. Manchmal ist das nicht möglich. Manchmal wird das nicht mehr überwachen. Das kannst du auch überwachen. Wir haben die Abenteuerung auf. Keine, vorher. Oh, und ich bin durch. 3040 Altmetall Wieso schläfst du nicht, achso ich habe keine Konditionen mehr. Oh, dann hier ist er schon. Okay, hier, da bist du dran. Das war nicht der Kollege von da drüben. Dann bringe ich das jetzt erstmal zurück und mal gucken, ob ich mir das Brustmodul holen kann. Und so langsam mache ich zu wenig Energie, um noch Kämpfen zu kaufen. Okay, ich habe nur elf, aber... Willkommen, Warren. Hi. Brustmodul? Eins fehlt noch. Nicht genug Altmetall. Komm jederzeit wieder. Ein kleiner Schrotthaufen aus seltenen Materialien. Das ist schön. Mach ich dich auch noch platt? Wieso hat er mir das F nicht gegönnt? Wieso hat er mir das F nicht gegönnt? Ja, irgendwie finde ich das schon ein bisschen merkwürdig, aber... Ich habe das extra Gerüst noch nicht gekriegt. Komm jederzeit wieder. Habe ich vor. Jetzt hat er auch so einen Brust... Oh, da konnte ich es jetzt nutzen. So, Brustmodul zerstört. Sollte helfen, aber ich will das andere Zeug noch wieder haben. So, Energie holen. Du kriegst jetzt aus Prinzip nochmal auf die Nase. Da gab es was... Ne. Ich sehe schon Dinge, die gar nicht da sind. Wie immer. Okay, gehe ich hier hoch. Sammeln das noch ein, was ich übersehen habe? Dann bauen wir ein neues Bus. Hallo. Hallo. Yeah. Ich freue mich, um das aufzuwerten. Okay. Okay. Ich habe mir das aufgerüstet. Aufgerüstet. Mach den gleich wieder weg. Gehe jetzt nochmal hier ran. Aufwerten. Kann ich gar nicht, weil das zweite fehlt. Warte mal kurz. Kann ich... Geht die Dinger auch mit C irgendwie zerstören oder so? Nö. Kann ich jetzt mit dem Notar die anderen Waffen, die ich nicht brauche, wegschmeißen. Da guck mal, hier ist ein Verbrauchsgegenstände. Hier. Als Favorit markieren. Nee. Das würde ich als Favorit markieren. Die würde ich ganz zerstören. Warte. Kann ich hier vielleicht sogar noch... ...ein Upgrade machen. Okay, ich habe 33 Kernleistungen. Und eine komplette Ausrüstung. Vergiss nicht. Sicherheit bei der Arbeit ist unsere höchste Priorität. Und sollte auch deine sein. Dassel dowel. Nichts. Mit der fake- triumph hat. Herr guck mal. Hat und ich bin mit mir beschliffe, stehe. Das würde ich nicht einfach keinen Geist. Das würde ich versuchten. Ich hoffe, dass du mich aufhörst. Ich hoffe, dass du mich so schamwärst. Ich hoffe, dass du mich zu schrauben. Und meine Waffenfertigkeit erhöht. Okay. Linkes Bein. Weil ungeschützt. Echtes Bein, weil du siehst. Ups. Wer da geschrien? Egal, ich wollte mal ein bisschen weiterkommen. Irgendwann komme ich hier noch weiter. 1026 Altmetall. Und da ich... Ach, ich verliere eh immer alles an der Energie. Das bringe ich jetzt aber zurück. Ich weiß zwar nicht wieso, aber ich bringe es zurück und... ...lagere das Altmetall. Sofern ich nicht auf das Upgraden kann. Solltest du nicht an deinem Arbeitsplatz sein? Solltest du nicht hilfreich sein? Okay, dafür habe ich zu wenig, aber ich habe... Okay. Okay. Auf Wiedersehen. Ich salue, bis jetzt noch ein paar Jahre. Okay, ciao. Ich bin da Hause.